hallo hallo schönen abend ich möchte so ein überblick machen zu den orchideen die sind jetzt richtig aktiv geworden endlich mal fast alle hier angefangen und hier der kleine der hat abgeblüht und jetzt kommt wieder eine weitere sind diese mini blümchen der orchidee die hatte ja seit september angefangen geblüht und jetzt kommt neues die da ist auch echt so eine schöne geworden und ja guck mal die gibt schon echt einige blüten herne so schön ja dann geht's gut soweit diese farbe die gefällt mir auch so eine lachsfarbe so eine besondere auch echt interessant von ihnen aussieht ich glaube hier wollte ich mal auch darauf gehen richtig mal das ganze ja eben diese joda kommen noch weitere noch nicht groß gewachsen guck mal wie hoch der stamm ist so und dieser gibt immer so kürzere blüten stimme aber doch hat sich auch ganz hübsch gemacht sind momentan vier blüten und da werden hoffe ich noch weitere kommen auch so sieht so und dieser ist so eine ganz zarte zartes rosa die hat zwei blüten stämme guck mal zwei stück ja er freut mich echt so zart ne von der seite kann man das noch so zeigen und da eine pracht ne interessant dass die im winter noch mal blühen da kannst du eben zwei stämme ja dann ist noch einer ist auch echt groß guck mal was für große blätter die blumen fixiert ganz nah ja die hat so der rand ist ein bisschen heller die andere da hinten guck dies anders auch ja auch schön ja auch so eine große da kommen noch weitere aus einem der blütenstamm guck mal wie dick ich bin echt glücklich auch die blätter so richtig da wie haben die festigkeit und so weiter ok und ja und diese die ich dachte haben wir die weiß diese mama pflanze ja das baby blüht und die mama blüht da guck mal das ist ja so schön so sieht man sogar diese als ob es glitzert so schön die hat so ein schimmer in dem blatt wenn das licht ne sich da echt schön drauf kommt hier ne so wie so eine traub blüht schön riesige brachte ja einer steht noch so und hier guck ne das sind die die wurzeln ja so weit doch genug deswegen dachte ich ja okay ist so weit noch kann noch warten werde ich noch nicht trennen fast fast alle überblick ja und 34 stück haben noch nichts jetzt geworfen keine blumen noch nicht blühen noch nicht aber ja wird schon kommen alle vier noch das kleine jetzt auch noch diese nicht klein sondern die mini blümchen doch okay so dann nehme ich mal von da so so ein überblick glücklich damit hoffe die werden auch weiter schön blühen so ok das war's dann danke fürs zuschauen und alles gute tschüssi